Wenn du wirklich wichtig anfängst, in diesem Winkel, wo dein Arm steht. So. Du stehst so, von der Drehung, ja? Du stehst so, dass du die Hände stehst und geh da. Und jetzt, Ellbogen raus. Handfläche muss zum Publikum kommen. Und jetzt drehst du die ganze Hand nach links. Die Finger ziehst du ein. Genau. So? Mhm. Vier, eins. Dann zwei. Hätte ich gemacht, zum Körper. Zwei. Der weiß nicht was dann auch noch. Ja, okay. Tschüss. Ja. Okay.